Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 249. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress, Alexa. Hallihallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer Alexander Hoaxmaster. 249. Episode, die große 250 naht mit Riesenschritten. Und wir haben schon ganz viele Einsendungen bekommen von Hörerinnen und Hörern und natürlich von anderen Podcasterinnen und Podcastern, die auch Hörerinnen und Hörer sind. Und wir freuen uns schon sehr darauf, die 250. Folge im März noch, versprochen, kommt die, rauszuhauen. Und das wird, glaube ich, ein Fest von ganz vielen Stimmen, ganz vielen tollen Leuten und ganz vielen Einblicken auf 250 Episoden Hoaxzilla. Darauf freuen wir uns sehr. Und ja, wir sind angesprochen worden, wir machen keine Corona-Episode. Wir haben ein kleines Special dazu gemacht zu dem Thema. Aber wir machen eine andere Folge heute. Worum es genau geht, werdet ihr dann erfahren, weil wir sagen, es gibt genügend Leute, die da vernünftig informieren, tief im Thema sind. Die Ereignisse sind tagesaktuell und es lohnt sich jetzt gar nicht, einen Podcast zu machen, sondern das überlassen wir den Profis an der Stelle. Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis in dieser allgemeinen Folge, die wir euch schon ans Herz legen zu dem Thema. Da ist ein Gewinnspiel drin, was inzwischen abgeschlossen ist, aber davon abgesehen gehen wir auf so ein paar ganz allgemeine Dinge zu dem Thema schon ein. Wir nennen ein paar Stellen, wo man sich wirklich gut informieren kann. Wir sprechen ein, zwei Mechanismen hinter den ganzen Falschmeldungen zum Thema an. So ein paar Dinge, die also wirklich eher so generell gelten können. Jetzt nicht unbedingt einzelne Falschmeldungen debunken, sondern eher so ein paar allgemeine Mechanismen dahinter, die glaube ich auch vielleicht unter Umständen helfen, um ein bisschen besser mit solchen Dingen umgehen zu können. Genau und vielen Dank übrigens, du hast das Preiseschreiben noch gewinnt an die Helmholtz-Gemeinschaft der Deutschen Forschungszentren, die uns bei dem Gewinnspiel unterstützt haben. Und wenn alles gut geht, gehen da jetzt auch ganz bald die ganzen Broschüren, die man gewinnen konnte oder Hefte für Experimente zu Hause an die Kinder raus. Und das war eine tolle Aktion und das ist sich sogar ausgegangen. Ich glaube jeder, der uns eine Einsendung geschickt hat, kriegt auch eine Broschüre, so wie ich das im Moment überblicke. Das ist also, glaube ich, ziemlich cool und dann könnt ihr euch zu Hause schön beschäftigen mit euren Kids und natürlich auch diejenigen, die gesagt haben, ich habe einen Neffe oder eine Nichte, auch die können das bekommen. Ansonsten, ich verlinke unter dieser Episode nochmal das Heft als PDF-Datei, das ist dann nicht so schön, aber wer jetzt sagt, oh Gott, das hätte ich auch so gerne gehabt, dieses Heft, dann findet ihr das als PDF-Datei und dann könnt ihr das zumindest digital durchblättern und da mit euren Kids was machen. Und dann, Gott, schon wieder so viel vorgeplänkelt. Jetzt hauen die Leute uns wieder auf die Ohren. Wir machen mal schnell weiter. In der heutigen Story begeben wir uns auf einen vollgeparkten Parkplatz in einer Innenstadt. Durchaus nicht ungewöhnlich soweit. Heute geht es aber nicht um irgendwelche Klopapier-Hamsterkäufe, sondern um ganz normales Parken, aber nicht so unbedingt normales Ausparken. Der Fahrer eines Wagens zerdeppert nämlich ein anderes neben ihm parkendes Auto beim Herausfahren aus einer Parklücke und zwar ziemlich stark. Er hat jetzt natürlich das Problem, dass, weil der Parkplatz stark frequentiert ist, da wahnsinnig viele Leute um ihn rum sind, die das alle mitgekriegt haben und er kann natürlich nicht einfach verschwinden, ohne irgendwas unternommen zu haben. Deswegen kramt er einen Zettel hervor und einen Kugelschreiber und kritzelt etwas und klemmt das dann unter die Windschutzscheibe des beschädigten Autos und fährt davon darauf hin. Und das wäre natürlich irgendwie eine ganz normale Aktion, dass man zumindest irgendwie so seine Daten hinterlässt, wenn man dann schon nicht auf die Polizei wartet. Hinterher stellt sich allerdings raus, dass dieser Fahrer doch noch dreister eigentlich ist, als man es erwarten könnte. Der hat nämlich schlicht und ergreifend auf diesen Zettel geschrieben, wie dann die Leute entdecken, hier stehen viele Leute, die meinen, ich schreibe meine Adresse auf, aber ich tue es nicht. Das ist natürlich irgendwie eine heftige Aktion. Wäre dann, glaube ich, in meiner allein juristischen Vorstellung dann auch der Straftatbestand der Fahrerflucht. Aber das könnt ihr vielleicht besser kommentieren, die eventuell juristische Vorkenntnisse hat. Wenn denn die Geschichte überhaupt stimmt, die uns du gerade erzählt hast, klären wir natürlich am Ende der Sendung auf. Thema der Woche Kommt heran, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Mädchen, liebe Jungs, gesellt euch hier ums Lagerfeuer und stellt euch vor, dass ich mir eine Taschenlampe unter das Kinn halte. Wir haben es still, wir haben ein Kreuzchen, vielleicht im Hintergrund pfeifen. Und ich möchte euch die Geschichte des Poltergeistes von Baldoon heute erzählen. Wir haben ein wenig herumrecherchiert und haben tatsächlich, muss man sagen, sind wir bei Brian Dunning von Skeptoid darüber gestoßen, Diese wunderbare Geschichte eines kanadischen Poltergeistes und zwar eines sehr, sehr alten Poltergeistes gefunden und wollen diese Geschichte mit euch zusammen durchgehen und wollen dann mal schauen, was es denn mit dem Poltergeist von Baldoon auf sich hat. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, weil die Geschichte per se erstmal eine schöne Poltergeist-Geschichte ist. Eigentlich hat sie ganz viele andere Elemente auch noch, das werden wir hören. Und wir können uns dann damit beschäftigen, wie man denn so eine Geschichte analysieren kann. Und wir können jetzt schon sagen, es ist nicht nur eine Nacherzählung der Skeptoid-Folge von Brian Dunning, sondern wir haben noch ein bisschen links und rechts geschaut und auch da noch interessante Fakten zu dieser Geschichte gefunden, sodass das, glaube ich, eine ganz interessante Folge sein wird. Wir schreiben das Jahr 1829, Alexa, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, und sind bei der, und das finde ich sehr, sehr lustig, ich weiß gar nicht, ob das keinem bisher aufgefallen ist, bei der Farm von John MacDonald. Ich habe drüber geschmunzelt. Oh, MacDonald, Helle Farm. Ja, ja, oh. Aber es ist die Frage, ob das nun auf diesen MacDonald zurückgeht. Man weiß es nicht, vermutlich fast nicht. MacDonald ist auch nicht ungewöhnlich, also es sind kanadische, ach Quatsch, ja, kanadische Farmer. Inzwischen, genau, genau, schottische Herkunft, ja. Und die Familie MacDonald hat ein zweigeschossiges Farmhaus gebaut, tatsächlich in der Siedlung Beldoon und diese Siedlung Beldoon ist in der Nähe von Wolfsburg in Ontario gewesen. Heute gibt es da auch tatsächlich eine Plakette noch da, wo diese Geschichte sich zugetragen hat. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die Familie MacDonald, das heißt also die ganzen Kinder, die auch da in dem Farmhaus gewohnt haben, heimgesucht wurden von mysteriösen Ereignissen. So möchte man es zunächst mal formulieren. Zum Beispiel war es so, dass in der Barn ist die... Scheune. Scheune, danke. In der Scheune, während sie Körbe geflochten haben, die Frauen des Haushaltes, da plötzlich so Dachbalken einer erstmal heruntergefallen ist. Und dann hat man sich gedacht, naja, kann ja mal passieren bei dieser rustikalen Bauweise der Häuser. Dann ist aber kurz darauf ein weiterer Dachbalken heruntergefallen. Als der dritte Dachbalken nach unten fiel, haben dann die Damen erschrocken die Scheune verlassen. Das war so ein Ereignis, was die Damen des Haushaltes sehr erschrocken hat. Und dann war es so, dass ja Steine und auch zum Teil hinterher Munition aus Waffen und Gewehren, genau, durch die Scheiben des Farmhauses kamen. Und zwar nicht so, als ob sie geschossen wurden, sondern also es war lautlos, aber sie durchschlugen dann die Scheiben. Und es war dann, so wird es beschrieben hinterher, so, dass die Fensterscheiben komplett zerstört waren, dieses Farmhaus, weil immer wieder Steine kamen. Und interessanterweise hat man dann die Steine zum Teil genommen und in den Fluss, der sich direkt hinter dem Haus befand, geworfen. Also vorher war noch aufgefallen, dass diese Steine ohnehin irgendwie so nass aussahen. So als seien sie überhaupt erst aus dem Fluss irgendwie rausgeklaubt worden. Und man hat dann tatsächlich, nachdem auch sozusagen die umliegenden Nachbarn und Bewohner dieser Siedlungen, dieses Bereichs irgendwie darauf aufmerksam gemacht wurden und dann auch mal gucken gekommen sind, was da so los ist, hat man tatsächlich sowas wie ein Experiment gewagt. Und hat diese Bleikugeln und Steine markiert, hat sie in den Fluss geworfen und dann musste man aber später feststellen, dass sie eben sozusagen wieder zurückgeworfen wurden und man genau an den Markierungen wohl erkennen konnte, dass das die Steine waren, die man erstmal wieder zurückgeworfen hatte. Also die haben einen dann quasi wieder heimgesucht da. Es gab noch ein paar andere Phänomene. Es ist die Rede von einem Kessel auf dem Herd, der also getanzt hat und es wird erzählt in einem Augenzeugenbericht, dass dieser Kessel einen Hund gejagt habe. Und ähnliche Dinge, das ganze Haus soll teilweise gewackelt haben, so als gäbe es direkt unter diesem Farmhaus ein Erdbeben, was aber die ganze restliche Gegend nicht betroffen hat und derlei Dinge mehr. Es war auch so, dass das Vieh auf der Farm dann angefangen ist, krank zu werden beziehungsweise zu sterben. Also es wird beschrieben, dass Hühner, die ein Ei gelegt haben, direkt danach verstarben. Das ist natürlich für eine Farm extrem ungünstig, wenn das der Fall ist, denn zum einen kann man die Eier essen, zum anderen will man natürlich auch Hühner züchten und wenn die dann sterben und die Eier nicht selber ausbrüten, ist das ungünstig. Es wird beschrieben, dass die Ochsen mit dem Geschirr zum Pflügen der Felder auf dem Feld tot umgefallen sind und auch die Pferde sollen zum Teil einfach in der Scheune dann im Stall verstorben sein und einfach tot aufgefunden worden sein. Zudem soll die Ernte sehr, sehr schlecht gewesen sein. Also wenn man dort was gepflanzt hatte, wenn die McDonalds Saatgut ausgebracht haben, dann ist das bis auf ein paar Zentimeter hoch gewachsen, hat dann aber aufgehört zu wachsen. Also nichts auf dem eigentlich fruchtbaren Boden dieser Farm hat Früchte getragen, sodass man es auswerten konnte. Und du hast gerade schon gesagt, der Kessel, der sich da selbstständig gemacht hat, es hat dann auch die Gewehre, die an der Wand gelehnt waren, die haben sich selbstständig gemacht. Zum Teil sind auf dem Boden herumgetanzt und haben dann durch das Dach geschossen, haben dann Löcher auch im Dach hinterlassen. Auch das ist ja sehr, sehr gruselig, wenn diese Schusswaffen sich dann von alleine selbstständig machen und anfangen zu schießen. Also viele Ereignisse rund um dieses Farmhaus, die sehr, sehr beängstigend waren. Genau, also es gab auch Feuer, die ausgebrochen sind. Es wird davon berichtet, dass an verschiedenen Stellen im Haus kleine Feuer immer wieder ausgebrochen sind. Und das waren natürlich alles völlig unhaltbare Zustände. Wie gesagt, der Bauer, John MacDonald, hat sich dann wirklich auch versucht, Hilfe zu holen. Er hat Priester befragt, er hat seine Nachbarn befragt, die sich das angeguckt haben. Er hat Leute befragt, die von sich behauptet haben, sich mit Hexerei auszukennen. Denn diese ganzen Dinge, die da passiert sind, wurden auch in den Kontext der Hexerei eingeordnet. Also man hatte schon das Gefühl, dass da vielleicht auch irgendwie ein Fluch eine Rolle spielen könnte. Und man dann also irgendwie Opfer von Verwünschungen geworden wäre. Aber die ganze Hilfe, die er sich da geholt hat und auch diese Experimente, die wir schon erwähnt haben, die haben also alle nicht gefruchtet. Auch ein, ja, man kann schon fast sagen Exorzismus mithilfe eines Hufeisens hat also überhaupt nichts gebracht. Das ging alles fröhlich weiter und irgendwann war dann ein Feuer, was ausgebrochen ist, nicht mehr zu kontrollieren. Und die Familie konnte also im Prinzip nur noch das retten, was sie gerade auf der Haut trug und musste also das Haus eben verlassen. Die haben dann erstmal Zuflucht beim Schwager von John gesucht. Wollten allerdings nicht, weil das dann mit diesem unerklärlichen Phänomen weiterging, dass der auch noch sozusagen mit hineingezogen wird. Und irgendwann landeten die McDonalds dann in einem improvisierten Zelt vor ihrem eigenen Zuhause. Also die haben sich nicht mehr ins Haus getraut, sondern haben dann quasi kampiert auf dem eigenen Land. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen abgefahren. Also das muss wohl eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte gewesen sein. Und man war dann halt auch irgendwann am Ende mit dem Latein. Und dann ist John MacDonald durch Zufall auf eine mögliche Hilfe gestoßen. Genau. Lass uns vorher gleich noch ganz kurz, du hast es schon angedeutet, Exorzismen und so und das mit dem Hufeisen. Da ist ja noch eine ganz interessante Geschichte verknüpft, bevor wir die Geschichte da weiter erzählen. Nämlich der Lehrer, der das ja da versucht hat mit dem Hufeisen. Ein Lehrer und Experte für Hexerei oder so. Ja genau. Hexenvertreiber, irgendwie Witch Hunter oder Hexenjäger. Der hat das ja gemacht und hat gesagt, aber erzähl das nicht weiter, weil Hexerei zu diesem Zeitpunkt in, und das war ja Magie oder Hexerei, was er da ja betrieben hat, auch wenn es sozusagen weiße Magie war, in Anführungsstrichen. Das war verboten in Kanada zu dem Zeitpunkt per Gesetz. Kann man sich kaum vorstellen. Und man ist ihm aber auf die Schliche gekommen und hat ihn dafür verhaftet, dass er Magie gewirkt hat, auch wenn er was Gutes machen wollte. Und er ist dann dafür auch zunächst mal inhaftiert worden, ist dann aber später begnadigt worden mit der Aussage, er hätte ja kein Geld dafür genommen, also er hätte sich nicht daran bereichert, Magie zu wirken. Und man hat ihn dann gehen lassen, allerdings war seine Karriere als Lehrer in der Region rund um Baldun damit ruiniert und er ist dann, so wird es berichtet, Richtung der Vereinigten Staaten, dann abgezogen und ward nicht mehr in der Gegend gesehen. Also auch eine ganz interessante Geschichte, wie es denn mit diesem Hexenjäger dann am Ende ausgegangen ist, der versucht hat, der Familie nur zu helfen. Genau und der zweite Teil der Geschichte bewegt sich jetzt ein bisschen weiter weg von dem eigentlichen Poltergeist-Phänomen, das wir hier ja ganz klar vor Augen haben. Und in die Richtung, ja, Wahrsagerei und auch wieder so eine Hexenbekämpfung, also wie man es auch immer deuten will. Auf jeden Fall hat John MacDonald dann schließlich Hilfe gefunden bei einem Mädchen oder einer Frau in manchen Versionen. Also wir tragen hier auch so ein bisschen verschiedene Versionen der Geschichte zusammen. Also so die Details, wie das halt bei solchen Geschichten öfter ist, variieren so ein bisschen, während der Kern, aber dann doch fast überall in allen Quellen, die man so im Netz jetzt findet, gleich ist. Also manchmal ein Mädchen, manchmal eine Frau soll so die Gabe der Klarsicht, der Wahrsagerei gehabt haben. Und die wurde dann also aufgesucht und mithilfe eines Mondsteines sollte sie also sagen, was da Sache ist, was der eigentliche Hintergrund dieser ganzen Geschehnisse ist und dann vielleicht eine Strategie entwickeln, wie man das Ganze Herr werden könnte. Genau, die hat also nicht im Kaffeesatz oder im Teesatz gelesen, sondern die hat dann in Steinen gelesen. Das muss wohl damals die angesagte Methode gewesen sein. Und sie hat tatsächlich was gefunden, Alexa. Also erstmal hat sie gesagt, es gäbe eine alte Frau, die in einem langen Lockhaus, also in so einem Holzhaus wohne, die ja eine Verwünschung ausgesprochen hätte, also auf die diese ganzen unheimlichen Geschehnisse zurück ginge. Und tatsächlich ist da wohl dem John McDonald was aufgefallen, dass er sich mit einer Dame in der Nachbarschaft auch so ein bisschen in den Haaren gehabt hatte. Die hatte ihm nämlich mehrere Angebote gleich zu Beginn so der Bauerntätigkeit dort gemacht und hatte das Land kaufen wollen. Und er hat immer abgelehnt diese ganzen Angebote und war also nicht besonders begeistert und ist eventuell auch nicht immer so ganz freundlich gewesen, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall ist ihm da was eingefallen, dass da so eine Streitigkeit besteht. Also das hat sie schon mal erwähnt. Dann hat sie ihn gefragt, ob es denn eine merkwürdige Gans gäbe, die er ab und zu mal sieht. Und tatsächlich ist ihm da aufgefallen, dass unter seinen Gänsen auch so eine ganz merkwürdige Gans von außerhalb sozusagen ab und zu mal aufgetaucht ist. Also wir befinden uns jetzt hier beim Motiv des Cold Reading, was Wahrsager auch anwenden. Man kann natürlich, weil die Quellenlage eine indirekte ist, das werden wir nachher noch ein bisschen detaillierter beschreiben, immer nur sagen, so wird die Geschichte erzählt, wie das natürlich dann im Einzelnen abgelaufen ist, sei dahingestellt. Aber wir haben hier auf jeden Fall so ein Wahrsager-Motiv und ein bisschen Cold Reading. Und da gibt es jetzt gerade an der Stelle so einige Variationen. Du hast gerade schon gefragt, ob er ein merkwürdiges Tier gesehen hat und dann sagt er ja. Da war eine Gans mit schwarzen Kopf und schwarzen Flügeln. In anderen Variationen sagt sie ihm das auf dem Kopf zu. Da ist doch eine Gans mit schwarzem Kopf bei dir aufgetaucht. Und also da variiert die Geschichte ein Stück weit. Und es gibt auch eine Geschichte, wo sie einfach nur sagt, gibt es nicht ein merkwürdiges Tier bei dir. Also das ist relativ breit. Da sieht man eigentlich schon so ein bisschen Strategie des Cold Reading. Also je nachdem, wie weit und wie allgemein du solche Aussagen fasst, umso positiver ist dann unter Umständen auch die Antwort. Und natürlich kann man geschickt so fragen, dass dem Gegenüber garantiert irgendwas einfällt, was da so in diesen ganzen Themenbereich, den man da gerade anspricht, reinpasst. Und wenn man dann als jemand, der zu so einem Wahrsager geht, das Gefühl hat, oh der hat da aber gerade irgendwie ganz schön klug gefragt und der hat tatsächlich irgendwie so den Nagel auf den Kopf getroffen scheinbar, dann bleiben einem solche Dinge natürlich viel stärker in Erinnerung als die zehn Fragen vorher, die man verneinen musste. Und das ist genau, das haben wir auch schon öfter erwähnt, der Punkt, wie sowas funktioniert bei Wahrsagern. Du, die bangst aber jetzt schon. Lass uns erstmal noch die Geschichte weitererzählen. Denn McDonalds sagt, ja, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, es gibt diese Gans. Und dann sagt er, ich wollte die auch schon erschießen, weil die nicht zu meinen Gänsen gehört. Und darauf sagt dann die hellsichtige Frau, das hellsichtige Mädchen, und was ist passiert? Und er sagt, ja, ich habe darauf geschossen und es ist nichts passiert. Und darauf sagt sie, womit hast du es denn probiert? Und er sagt, naja, mit normalen Kugeln. Und dann sagt sie, ah, mit Bleikugeln, das funktioniert natürlich nicht. Du musst eine Silberkugel gießen und mit dieser Silberkugel schießt du auf die Gans. Und auch da gibt es wieder zwei Variationen. In der einen Variation sagt sie, wenn du sie tötest, dann stirbt auch die Person, die dir Böses will und der Fluch ist vorbei. Und in der anderen Person sagt sie, aber töte sie nicht, sondern die Verletzung, die du der Gans zufügst, wirst du dann bei der Person, die dir übel will, vorfinden. So, mit dieser Info zog man also wieder zurück. Und tatsächlich hat John MacDonald dann dieses Tier ausfindig gemacht und hat eine Silberkugel zur Anwendung gebracht. Und dann gibt es auch hier wieder verschiedene Versionen. Manchmal, wenn das Mädchen gesagt hat, du musst sie aber töten, dann ist das die Tatsache, dass er nur den Flügel trifft und verletzt, ein Versehen. Manchmal soll er das Tier aber auch nur verletzen. Und dann ist das natürlich irgendwie Mission Accomplished, wenn er dann tatsächlich den Flügel trifft. Also auf jeden Fall ist es tatsächlich so, er verletzt das Tier, die Gans. Und je nachdem, wie weit und wie detailreich die entsprechende Version auch gerade ausgeschmückt ist, die man da im Netz vor sich hat, soll dieses Tier, diese Gans dann einen fast unmenschlichen oder einen überirdischen Schrei, genau, oder einen wenig tierhaften, fast menschlichen Schrei ausstoßen. Auf jeden Fall auch in dem Augenblick, wo er eben diese Silberkugel abfeuert und das Tier verletzt, nochmal ein unheimliches Ereignis und ein überirdischer Schrei. Und er zieht dann natürlich los und will gucken, was Sache ist und trifft dann auf die alte Frau, die auf ihrer Veranda sitzt und einen verletzten Arm hat. Nämlich einen gebrochenen Arm und zwar genau die Seite, wobei der Gans auch der Flügel verletzt war. Und in den verschiedenen Variationen ist dann mitunter einfach alles vorbei. Sowohl die schlimmen Dinge, die passiert sind, als auch die Geschichte zwischen McDonalds und dieser älteren Dame. In anderen Versionen ist die Dame dann noch wild am Fluchen, ihn am Beschimpfen. Aber durch diese Silberkugel scheint dann trotzdem auch ihr Fluch, der es dann ja plötzlich ist, scheinbar, gebrochen. Genau. Und das ist dann auch das Ende der unheimlichen Ereignisse von Baldoon. Und der Fluch ist gebrochen und alle leben glücklich, wenn sie nicht gestorben sind, was sie aber sicherlich irgendwann sind. Das ist also die Geschichte des Baldoon-Mystery soweit. Und wenn man sie stark zusammenfasst, also ein Bauer wird von Verwünschungen heimgesucht, von einer alten Frau ausgestoßen, die man fast als Hexe sehen kann, sucht sich dann Rat bei einer anderen Person, die also fast magische Kräfte hat, kriegt den Auftrag, ein auch fast magisch erscheinendes Tier zu verletzen oder zu töten mit einer Silberkugel, macht das dann auch und trifft dann auf einen Menschen, der genau die entsprechende Verletzung aufweist und wahrscheinlich die Person ist die Hexe, die den Fluch ausgesprochen hat. Und mit dieser Verletzung ist der Fluch dann gebrochen. Also wenn man das so stark zusammenfasst und komprimiert, hat die Geschichte fast etwas Märchenhaftes. Und wir haben ganz, ganz verschiedene Elemente. Eins habe ich ein bisschen voreilig schon angesprochen. Und wir können ja einmal gerade die Motive nochmal in der Liste zusammenfassen, die wir da so vor uns haben. Also wir haben natürlich zum einen Poltergeist-Phänomene. Wir haben an anderer Stelle schon über Poltergeister gesprochen, die dafür sorgen, dass Gegenstände durch die Luft fliegen und eventuell sogar Menschen verletzen können. Es ruckelt und poltert. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt hatten. Fußtritte, also Schritte von Personen, die gar nicht da sind, spielen da auch noch eine Rolle. Also Menschen, die durch die Küche des Farmhauses des Nächten gelaufen sein sollen, zwar schwere Männerschritte waren da zu hören. Und wenn man dann schnell in die Küche gegangen ist, war da niemand. Das haben wir nicht erwähnt. Das ist auch ein Element der Geschichte, ja. Genau. Und eine Eigenart von Poltergeist-Phänomenen ist es ja auch, dass sie nicht ortsabhängig sind, sondern man sagt jetzt so im Feld der paranormalen Forschung, was ja bitte mit Vorsicht genießen, ihr Lieben, auch oft kolportiert wird, dass eben Poltergeister nicht ortsabhängig sind, sondern personenabhängig. Das würde nämlich auch das Motiv erklären, dass man dann also weitergezogen ist zum Schwager und dort die Phänomene einfach weitergegangen sind, eben weil sie nicht am Haus hängen, sondern an der Familie irgendwie mit dranhängen. Also das ist das eine Element. Dann haben wir das Element des Fluches. Wir haben das Element der Hexerei. Wir haben eine alte Dame, die in dieser Geschichte fast die Rolle einer Hexe einnimmt. Wir haben das Element der Wahrsagerei, das ich eben schon umrissen habe. Und wir haben ein Element der Magie, in dem sozusagen das Mittel der Wahl ist, ne, nimm keine Bleikugel, sondern eine Silberkugel. Wir wissen ja alle inzwischen, weil wir alle vorgebildet sind, dass Bleikugeln natürlich gegenüber natürliche Feinde nicht so unbedingt helfen, sondern dass man da schon Silber nehmen sollte. Das ist eigentlich sonnenklar. Und ja, wir haben dann eben das Element, dass der Fluch gebrochen wird. Genau, die Gestaltwandlung hast du. Ach, die Gestaltwandlung, ganz wichtiges Element, natürlich. Die kommt dann noch hinzu. Man kann ja vermuten, dass die alte Dame selber die schwarze Gans gewesen ist. Und was ihr da im Hintergrund hört, ist kein Poltergeist, sondern das ist tatsächlich Marty, der hier gerade so ein bisschen durchdreht und Raseranfall hat. Ich hoffe, dass das nicht ganz stark auf dem Mikro draufhaut. Aber ich vermute, wer genau hinhört, wird unseren Kater hier wild durch die Wohnung laufen und selber Geschichten erzählen hören. Das sind die verschiedenen Versatzstücke, die du hier gerade wunderbar aufbereitet hast, Alexa. Und wir haben natürlich jetzt so die Frage, die sich die Hörerinnen und Hörer natürlich zurechtstellen, was ist denn dran an der Geschichte? Und hier ist es jetzt besonders schwierig, weil 1829, wir haben schon gesagt, also fast 200 Jahre her, ist diese Geschichte inzwischen. Und das Interessante zunächst mal ist, und das hat Brian Denning auch sehr schnell herausgearbeitet, dass die erste, sagen wir mal, schriftliche Aufzeichnung und die ganzen ausführlichen Dinge, die wir gerade beschrieben haben, tatsächlich 42 Jahre später, erst 1871 überhaupt mal zu Papier gebracht worden sind, nämlich vom Sohn McDonald, der dann ein Buch geschrieben hat. In diesem Buch trägt er all diese Geschichten, die wir gesagt haben oder erzählt haben, zusammen. Und er soll, so steht es ja im Buch dann auch drin, die Augenzeugen befragt haben, die damaligen Augenzeugen. Genau, also man muss sich halt wirklich vor Augen führen, welche Möglichkeiten hat man, so eine Geschichte zu überprüfen. Und es ist natürlich so, dass wir jetzt gerade die Quellen nutzen, die im Netz verfügbar sind. Das sind Seiten, die sich mit kanadischer Geschichte, vor allen Dingen auch mit lokaler Geschichte beschäftigen. Das sind Seiten, die fast touristische Züge tragen, also wirklich, wo Touristenattraktionen beschrieben werden. Denn man muss sagen, also einmal wird es in den Quellen so dargestellt, als sei schon 1829, 30, also gerade als die Ereignisse geschehen oder kurz danach diese Gegend so zu einer Touristenattraktion geworden, also dass Leute eben dorthin gereist sind und mal geguckt haben, oh, da soll es unheimlich zugehen, das schauen wir uns mal an. Und zum anderen gibt es sehr, sehr wenige Möglichkeiten, quellentechnisch genau eben bis in diese Zeit zurückzugucken. Also man kann jetzt nicht in irgendwelche Archive gehen und sehr, sehr viele zeitgenössische Aufzeichnungen finden. Und alles kristallisiert sich eigentlich zu einer bestimmten Quelle, die allerdings aus der Familie McDonald selber stammt. Und zwar ein Buch des Sohnes von John McDonald. Genau, das ist die einzige Quelle, aus der man erstmal erschöpfen kann. Und was wir ja auch festhalten können, das wird dann irgendwann erwähnt, ist, dass die Familie McDonald Zulauf bekommen hat. Und es gibt dann auch einen Artikel, den wir verlinken werden, der davon spricht, dass die Familie daraus Profit schlagen konnte, dass die Menschen also kamen und ja in dem Fall den Poltergeist erleben wollten. Und du hast schon gesagt, Alexa, quasi wissenschaftlich mit diesen Steinen, die man dann markiert hat oder auch Pistolenkugeln, die man angeritzt hat und dann in den Fluss geworfen hat und dann waren die plötzlich wieder vorhanden. Jetzt kann man ein Szenario und das ist natürlich jetzt pure Spekulation und rein hypothetisch, aber es wäre also ein Szenario, was zumindest weite Elemente dieser Geschichte erklären könnte, wäre tatsächlich ein Streit um Land. Man wollte das Land der McDonalds haben und was macht man, wenn sie nicht verkaufen möchten, die Menschen? Man macht ihnen das Land madig. Und wenn man jetzt zunächst mal mit Steinen die Fensterscheiben einwirft, dann ist das unangenehm und wenn man das nur oft genug macht, dann nervt das natürlich auch sehr, sehr stark. Also das wäre so ein klassisches Ding, was man natürlich machen kann, um Menschen zu demoralisieren. Feuer, da ist es immer ganz spannend, dass immer so zum einen beschrieben wird, dass es ein zweietagiges Haus gewesen ist. Dann ist immer nicht so ganz klar, ob das Feuer oben oder unten angefangen hat oder wo das Feuer überhaupt angefangen hat. Da ist natürlich die Frage auch da, wenn man will, dass die das Land verlassen, ob es da nicht vielleicht sogar Brandstiftung gegeben hat. Andere Hypothese wäre, die Kinder haben mit dem Feuer gespielt, vielleicht mit dem Herdfeuer herum experimentiert und Feuer gemacht. Das wäre eine mögliche Geschichte. Spannend fand ich die Geschichte, die erzählt wird von den Pistolen. Da haben wir ein YouTube-Video, das können wir auch verlinken, von einer ortsansässigen Dame, die Wünschelroutengängerin ist, ganz offensichtlich, und dann aber auch sehr ausführlich die Geschichte der Familie McDonald in einem YouTube-Video erzählt. Und sie berichtet davon, dass die Pistolen oder Gewehre tanzen, schießen und Löcher in das Dach, was mit Stroh gedeckt war, so wie sie beschreibt, machen. Da frage ich mich aber, wenn unten im Erdgeschoss die Pistolen tanzen und nach oben schießen, warum sie dann nicht Löcher in den Fußboden zur zweiten Etage schießen? Auch da passen wiederum die Berichte nicht so ganz gut zusammen. Und man merkt da schon, solange wie eine Person die Geschichte konsistent erzählt, und die Dame erzählt übrigens nicht, dass es ein zweietagiges Haus war, klingt das alles ganz spannend. Und man merkt, je mehr man liest von diesen Geschichten, dass es immer so eine kleine Ebene, ein paar Cent mehr obendrauf gibt von der Geschichte, je nachdem, wo es man liest. Es gibt ganz kurze Zusammenfassungen und eine sehr epische Zusammenfassung. Und die schönste, da muss man dann aber leider Englisch für verstehen, wer das kann, soll sich das gerne mal angucken mit dieser Dame am Fluss, so sehr pittoresk, wie sie dann diese Geschichte erzählt. Im schönsten Kanadisch, wo dann ja auch das nicht about, sondern about heißt. Also ich mag ja Kanadisch sehr gerne hören. Und da merkt man dann schon, dass sie auch Spaß dran hat, nochmal diese Geschichte wieder nochmal ein Stück auszuschmücken. Und diese Art des Ausschmückens spricht ja dafür, dass es vielleicht, wie bei vielen, vielen Geschichten, wenn es denn eine Geschichte ist, einen wahren Kern gibt. Bei Märchen wissen wir ja inzwischen, dass Märchen keinen wahren Kern haben müssen, dass man das immer gerne hätte. Aber da sagen wir ja, in der Regel, das gibt es nicht. Bei der Geschichte kann es ja tatsächlich eine Fede zwischen Nachbarn gewesen sein, weil man das Land madig machen wollte. Es wäre vorstellbar, dass die Tiere vergiftet worden sind zum Beispiel. All das ist ja denkbar, aber es gibt eben keinerlei Belege dafür. Also dieses Video, was du erwähnt hast, das verdient vielleicht noch ein paar erklärende Worte mehr. Es ist ein Video von einer Gruppe von Leuten, die sich auch so auf paranormale Untersuchungen spezialisieren. Also die Leute, die uns öfter hören, wissen Bescheid. Also es geht wahrscheinlich auch um eine Ghost-Hunter-Gruppe, die an die entsprechende Stelle reist. Also quasi in die Baldoon-Area und da eben diese Dame interviewt und sich die Geschichte sehr, sehr ausführlich erzählen lässt. Man merkt genau, dass die Dame das auch nicht zum ersten Mal erzählt. Also es ist fast eine, muss ich sagen, dramatische Darstellung der Ereignisse. Also ich finde die Art und Weise, wie sie das erzählt, sehr, sehr unterhaltsam. Man kann da wirklich wunderbar zuhören und fühlt sich da wirklich ins 19., ins frühe 19. Jahrhundert entführt. Und das zeigt natürlich auch ein Phänomen, was wir auch im Zusammenhang mit Ghost-Hunter schon öfter besprochen haben, dass eben diese Darstellung der Orte, die untersucht werden, die unter die Lupe genommen werden, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also diese Erwartungshaltung, die Bühne, die da bereitet wird für alles, was dann eventuell folgt, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wenn dann die Dame da eine Viertelstunde lang sitzt und wirklich in einem langen, schön ausgearbeiteten Monolog diese Geschichte erzählt, dann bereitet sie eben die Bühne für eine solche Untersuchung und jeder weiß dann auch ganz gut, was er danach eventuell an dem Ort zu erwarten hat und sich eventuell zeigen könnte als übernatürliches Phänomen. Und spannenderweise sehe ich gerade, dass es dann auch tatsächlich so eine Aufteilung gibt. Sie sammeln zum Teil die Geschichten auf ihrem YouTube-Channel und jetzt gibt es dann tatsächlich aus September des letzten Jahres einen Besuch in Wallisburg, der offensichtlich dann ja auch eine paranormale Investigation darstellt. Das Video verlinken wir auch mal, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber das passt dann natürlich jetzt auch sehr genau zu dem, was du beschrieben hast. Das heißt, vor einem Jahr ungefähr waren sie in Wallisburg, haben sie sich die Geschichte angehört und dann einige Monate später hat dann auch eine paranormale Investigation stattgefunden beziehungsweise zumindest das Video ein paar Monate später davon. Was man daran natürlich auch noch sieht, ist ein anderer Aspekt, nämlich der, dass auch heute noch diese Geschichte weitererzählt wird, dass die vor allen Dingen den Kanadiern wahnsinnig präsent ist. Also man spricht nicht umsonst von Kanadas bekanntester Geistergeschichte, also das hat wirklich die Runde gemacht, später dann eben auch in Zeitungen und wenn wir jetzt wieder im Jahr 1871 sind, als Neil MacDonald, der Sohn von John, eben dieses Buch veröffentlicht, dann tut er das auch vor einem ganz bestimmten anderen Hintergrund. Also nicht nur ist es so, dass eben er beginnt, die Aufzeichnung, deren Zeuge er als ganz kleiner Junge, wenn überhaupt geworden ist, nochmal aufrollt und da angebliche Augenzeugen von damals befragt. Brian Dunning sagt da, die waren wahrscheinlich eh alle nicht mehr am Leben da, 42 Jahre später. Gut, das sei dahingestellt. Also wenn die nicht allzu alt gewesen sind, läge das natürlich noch im Bereich des Möglichen. Aber die Frage ist natürlich, wie man nach 42 Jahren dann solche Ereignisse in der Erinnerung bewertet. Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Erinnerung nicht gleich Fakt ist. Also auch da spielt natürlich die Zeit eine ganz wichtige Rolle. Und selbst bei Augenzeugenberichten eines Ereignisses, was gerade erst stattgefunden hat, gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass da gewisse Diskrepanzen auftauchen und eben auch solche Augenzeugen nicht immer hundertprozentig verlässlich sind. Ihr könnt euch ja kurz fragen, was ihr 1978 so gemacht habt. Das sind 42 Jahre. Einfach nur mal so, damit man eine Dimension davon kriegt. Wenn jemand kommt und sagt, ich schreibe ein Buch, erzähl mir mal, was damals passiert ist. Natürlich, wenn es dann solche, sagen wir mal, übersinnlichen Ergebnisse sind, dann sind das durchaus Geschichten, die man eventuell erinnern könnte. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber auch da gibt es ja inzwischen einiges an Studien zu. Wir wissen, dass die menschliche Erinnerung ja eben nicht funktioniert wie eine Festplatte, wo Dinge vollkommen unverändert abgerufen werden, sondern die menschliche Erinnerung verändert sich auch durchaus beim Erinnern. und mein Beispiel dafür ist ja immer gerne, wenn man ganz ehrlich ist, Geschichten, die man sich mit einem alten Freund, den man alle paar Jahre trifft, erzählt. Da kommt immer so ein Streifen Drama mit obendrauf auf die Geschichten und man lacht immer mehr, wenn es mal immer drei Bier waren, die man als Jugendlicher heimlicher getrunken hat. Wo sind es dann irgendwann zehn Bier oder eine ganze Kiste Bier? So diese kleinen Übertreibungen oder damit die Geschichte weiterhin spannend bleibt. Und so kann man sich natürlich oder könnte man sich vorstellen, ich will ja keinem was unterstellen, dass natürlich auch hier 42 Jahre alte Erinnerungen in der damaligen Zeit ja eine gewisse Veränderung über die Zeit erfahren haben. Ein anderer Punkt ist der, der Zeit, in der das Buch von Neil MacDonald erscheint. Wir haben an anderer Stelle ja mal über die Fox-Schwestern gesprochen und über die Welle des Spiritismus, die in den USA eben gerade zur Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt zu rollen und dann wirklich weite Teile des Landes erfasst und mit Sicherheit auch nach Kanada rüberschwappt. Das war nämlich die Folge 230 vom Mai letzten Jahres oder Ende Mai letzten Jahres haben wir da über die Fox-Schwestern gesprochen. Das passt zeitlich super gut zusammen. Also sagen wir mal so, es passt zeitlich super zur Erscheinung des Buches von Neil MacDonald. Es passt etwas, also sagen wir mal so nicht ganz so gut, wenn man jetzt die Fox-Schwestern wirklich so als den Punkt in der Geschichte nimmt, wo das Ganze so anfängt. Ganz so sehr in die Zeit der Ereignisse selber und 1829, 30 ist man da schon ein bisschen zu früh. Also die Fox-Schwestern werden ein bisschen später wirklich bekannt. Also insofern muss man da natürlich unterscheiden. Aber wenn man als Dreh- und Angelpunkt sich etwas mehr auf das Erscheinen des Buches stürzt, dann ist man da durchaus in einer Zeit, die eben genau von diesem Gedanken des Spiritismus geprägt ist. Und es besteht, also ich sage wirklich hier mit Einschränkung, weil wir es halt nicht abschließend belegen können, natürlich die Möglichkeit, dass man eben auch diese Ereignisse dann vor dem Hintergrund der Spiritismus-Mode sozusagen neu interpretiert hat oder ausgeschmückt hat oder neu gestaltet hat. Also es ist ja eine Zeit, die da zusammenkommt mit dem Schreiben des Buches, wo das Thema eben in aller Munde war, gerade auch in Nordamerika, auch über die Grenzen nach Kanada hinein. Und das ist sicherlich etwas, was die Menschen bewegt hat. Und wenn man dann als Kind merkwürdige Ereignisse erlebt hat und bei dir berichtet hat, wie es dann ja offensichtlich beim Buchautor gewesen ist, dann ist es zumindest vorstellbar, dass man eben genau das Buch in diese Richtung schreibt. Und natürlich die Variationen, wir werden eine ganze Reihe von Texten euch mal verlinken. Und dann seht ihr immer, wo so im kleinen Detail Anpassungen vorgenommen wurden, welche Teile etwas dramatisiert wurden, welche Teile ausgelassen worden sind. Und man hat eben nicht die eine konsistente Geschichte des Poltergeistes. Ich würde ja fast eher sagen des Fluchs von Baldoon, weil gerade so das Ende, dieses märchenhafte Ende der Geschichte ja eher für einen Fluch spricht und nicht für einen Poltergeist. Und Geister haben ja auch dann immer so das Motiv, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass etwas aus dem Jenseits heraus noch erledigt werden muss, damit der Geist zur Ruhe kommt. Und genau dieses Motiv haben wir hier ja gerade nicht, sondern hier geht es ja schon um den Landstreit. Das ist ja das Thema, was eigentlich vorherrscht. Und die böse Nachbarin, Schrägstrich Hexe, sorgt dafür, dass es dem eigentlichen Eigentümer, nämlich Herrn MacDonald, schlecht geht. Und weil er sie quasi in Stellvertretung verletzt und ihr damit deutlich macht, dass er sie ja eventuell auch töten könnte, ist dann dieser Fluch gebrochen. Das ist ja eine ganz andere Motivik als der Poltergeist, der so primär vor sich hergetragen wird. Ja, wobei ein Poltergeist ja eigentlich auch wieder im Reich des Paranormalen oder in der Parapsychologie, wenn man so will, auch mit psychischer Energie in Verbindung gebracht wird, sich an eine Person sozusagen anheftet und diese verfolgt. Also das Motiv hat man natürlich in der Geschichte schon irgendwie so ein bisschen. Und wenn man frei interpretiert, kann man natürlich schon sagen, dass mit dem Fluch sich vielleicht diese Poltergeist-Geschichte an die Person des John MacDonald irgendwie angeheftet hat. Aber du hast natürlich recht, dass das Motiv des Fluchs da eigentlich eine zu große Rolle spielt, als dass man das einfach nur als Poltergeist-Phänomen beschreiben könnte, das Ganze. Also das ist natürlich schon irgendwie in der Geschichte auch so ein relativ zentrales Element. Und ja, es ist eben so eine ganz starke Verbindung von ganz verschiedenen Motiven. Du hast, als wir uns darüber unterhalten haben vor der Sendung, so schön gesagt, ja, das ist sozusagen der geisterhafte Gemischtwarenladen, den man da so hat. Also es ist wirklich so ein Webteppich aus ganz verschiedenen Dingen, die da ganz geschickt miteinander verbunden sind. Und es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Man wird sicherlich nicht mit Sicherheit rausfinden können, was da am Ende im Kern eine Rolle gespielt hat. Da wird es sicherlich irgendwas gegeben haben, was sich da ereignet hat. Ob es jetzt ein Nachbarschaftsstreit ist, ein Streit um Land oder etwas Ähnliches, wäre auch unsererseits eher so eine Anwendung von Occam's Razor. Und zwar die Frage, ob das nicht eine einfachere Erklärung ist als übernatürliche Phänomene, Flüche und Poltergeister. Aber dennoch ist es eben eine faszinierende Geschichte, die auch heute noch dafür sorgt, dass Touristen in diese Gegend kommen und einfach mit Freude und Spannung eben sich mit lokaler Geschichte, mit der frühen Siedlungsgeschichte befassen. Und vor diesem Hintergrund hat natürlich diese Story auch so eine gewisse Legitimation. Also wir wollen jetzt niemandem absprechen, eben diese Geschichten weitererzählen zu wollen. Wir finden sie nach wie vor faszinierend. Aber man kann natürlich mal den Versuch wagen, zumindest mal theoretisch zu gucken, wie würde man denn vorgehen, wie würde man die Quellen prüfen, was für Quellen hat man. Und auch das kann ja ganz spannend sein. Genau. Damit lassen wir mal den Poltergeist von Böldun zurück in Ontario, in Wallisburg und wenden uns wieder einem Parkplatz in Deutschland zu und wollen natürlich erfahren, ob diese etwas spitzbübische Geschichte, die du uns erzählt hast, stimmt oder nicht. Die Auflösung Ja, die Geschichte ist tatsächlich eher ins Reich der modernen Sagen zu verweisen. Sie ist hier entnommen aus Die Maus im Jumbo-Jet von Rolf Wilhelm Brethnig. Und er hat eine Einsendung bekommen von einer Erzählung aus dem September 1989 in Hannover. Und das hat natürlich wirklich so eine ganz, ganz alltägliche Komponente. Also es kann einem ja halt wirklich mal passieren, dass man dann irgendwie beim Ausparken auf einem vollen Parkplatz irgendwie einen Unfall baut. Und dann ist es natürlich irgendwie nicht die feine englische Art, so zu reagieren, wie der Mensch da in der Geschichte und die Leute, die um einen rumstehen und natürlich wollen, dass man da irgendwie seine richtigen Daten hinterlässt, wie es eigentlich die feine englische Art wäre, dass man die so veräppelt. Und das Ganze läuft natürlich irgendwie so ein bisschen unter dem Motto Dreist kommt durch. Es wird ja auch nicht erzählt, ob der Unfallfahrer damit Erfolg hat. Der wird sicherlich auch jemanden irgendwie in der Nähe gehabt haben oder hätte jemanden in der Nähe haben können, der sich dann das Kennzeichen auch mal merkt. Also das ist halt irgendwie die Frage. Aber es zeigt halt irgendwie, wie wir mit solchen Situationen umgehen, wie wir darüber erzählen. Und dass wir uns natürlich über solche Menschen, die so egoistisch und spitzbübisch, ich finde den Ausdruck sehr, sehr schön, in dem Zusammenhang handeln, dass wir uns über die auch ärgern. Ja, schön. Eine schöne, moderne Sage, die aber auch sehr naheliegend ist. Und wir selber haben das ja immer gehabt, dass wir ein anderes Auto geknutscht haben, als wir noch ein Auto hatten vor vielen Jahren in Münster. Und da haben wir anständig die anderen Halter ausrufen lassen, wie man das dann macht und haben das alles ordnungsgemäß geregelt, hat halt dann Geld gekostet, war doof. Aber so ist das im Leben. Was mir eingefallen ist, während wir hier die Sendung aufgenommen haben, und ich habe das gerade mal nachgegoogelt, weil ich nochmal geguckt habe, wo liegt denn genau? Wallisburg in Ontario. Es gibt ein Projekt, was vor vielen, vielen Jahren mal gestartet worden ist, nämlich die Huxilla-Weltkarte. Und da haben sich einige Hörer aufgemacht und haben auf einer Google-Map Stecknadeln gesetzt. Und zwar immer dort, wo eine Huxilla-Episode spielt, ist eine Stecknadel. Da gibt es eine ganze Reihe von Stecknadeln schon, aber das ist natürlich noch nicht alles. Kanada noch nicht so, ne? Kanada noch nicht so. Und natürlich sind da noch nicht alle Folgen verlinkt. Also wir sehen da einen schönen Neuschwabenland eingezeichnet und das Bermuda-Dreieck. Und ich werde das mal unter die Folge verlinken. Und wenn ihr Lust habt und das hört und mit Google Maps umgehen könnt, vielleicht habt ihr ja, wenn ihr jetzt ein bisschen quer durch die Huxilla-Folgen meandert, weil wir ja alle mehr zu Hause sitzen im Moment, Lust einfach zu gucken, ob schon eine Stecknadel steckt und ein paar Stecknadeln zu setzen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Projekt. Und ich gucke mal, ob ich die demnächst nochmal irgendwo auch etwas prominenter auf unserer Homepage verlinke, weil ich das eigentlich ganz witzig finde, das Projekt mal wieder aufleben zu lassen. 250. Folge ist die nächste. Er kommt im März und ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, uns eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Das muss keine Geschichte sein oder das muss nichts Elaboriertes sein. Das können eure Ideen, Gedanken zu 250 Folgen Huxilla sein. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir bauen das ein. Das wird natürlich eine etwas andere Folge, als ihr das gewöhnt seid. Wer Interesse hat, kann man die 100. oder 200. Folge reinhören und kriegt eine ungefähre Idee, wie das sein wird. Ich kann jetzt schon sagen, dass ihr viele, viele bekannte und tolle Stimmen hören werdet und auch viele Hörer, das freut uns auch, die jetzt selber gar nicht zwingend einen Podcast haben, haben uns was geschickt. Auch darüber haben wir uns sehr gefreut. Und wenn ihr Lust habt und dabei sein wollt, schickt uns gerne noch was. Und ich möchte das an dieser Stelle heute auch nochmal kurz sagen, Wir erleben ja gerade den Beginn von wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir haben viele, viele Freunde aus dem künstlerischen Bereich, ob das Autoren, Musiker, Schauspieler oder andere Künstler ja auch sind, die wir kennen und andere selbstständige Fotografen, you name it. Und wir sind sehr, sehr froh. Und jetzt gerade auch in dieser Situation, darüber haben wir oft geredet, auch sehr dankbar darüber, dass es so viele von euch inzwischen gibt, die mit einem Euro im Monat oder zwei Euro im Monat oder auch dann größeren Summen, auch da gibt es einige. Aber gerade jetzt ist so jeder Euro-Deuer-Auftrag auf unser Konto, der regelmäßig kommt, extrem hilfreich, weil natürlich wir auch gerade Vorträge absagen. Und da will ich gar nicht jammern, sondern die Situation ist so, wie sie ist. Aber diese Bereitschaft von euch, das Projekt in dieser Art und Weise zu unterstützen, hilft uns zum einen werbefrei nach wie vor zu sein, uns da nicht irgendwie verrenken zu müssen und irgendwelchen Agenturen, die uns ständig anschreiben, nachzulaufen oder den Podcast irgendwo unter irgendwelchen Paywalls zu verstecken. Und zeitgleich ist das ein Maß an Wertschätzung, was wir da bekommen. Einfach ganz großartig. Und dafür wollen wir uns, glaube ich, auch nochmal bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank euch da draußen. Man merkt an dieser Situation, was das plötzlich, also nochmal mehr bedeutet. Nicht, dass wir das vorher schon gemerkt haben, aber vielen, vielen Dialogen, die wir gerade führen, wo Leuten jetzt wirklich im Prinzip ihr gesamtes Einkommen gerade wegbricht. Und das gibt es ganz, ganz viel. Ist das so luxuriös, was wir hier gerade haben? Deswegen wollen wir natürlich für euch gute Qualität abliefern, weiter auf Sendung sein und vielleicht auch mal ein bisschen ablenken. Was wir jetzt gerade wieder nicht machen, weil wir problematisieren. Furchtbar. Wir können jetzt schon sagen, die 250. Folge wird eine Sause. Da wird es richtig lustig in der nächsten Episode. Und da freuen wir uns ganz doll drauf. Und da hören wir uns ganz bald wieder. Und natürlich bis dahin, bleibt gesund und immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.